Ja Leute, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Om, die zweite Omnibus Simulator. Wir sind hier auf der Berlin-Spandau-Map, die Linie 137 von Pfeifensiel Bahnhof nach Starken-Haneberg. So, wir machen jetzt die Brause raus. Halt die Schöne Grenze, rein und Tür auf. Guten Tag. Guten Tag. Eine Tagesbahn. Und der Bus ist immer noch schon voll. lose, liebe Mutter. Und endlich zu Hause rein. Einh mentor responsabiler mit einem erstes Bild . Falkensee, Siedler, Englisch Falkensee, Siedler, Englisch, Haltesteller Danach fuhren wir endlich, endlich in Berlin Guten Tag So, dann tun wir ein paar Tische in Berlin auf, wir passieren gleich von den Freundenauestand. Halten Sie Ihr Chaussee Goldstraße. Hier, wenn man eine Buschdatei freun nimmt, hat man hier noch die Mauer, Grenzübergang. Okay. Ich würde sagen, der Rein und der Raus, aber ich werde trotzdem stehen. Halten Sie Ihr Chaussee Stadtrandstraße. Ja. 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 Am Morgen. 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 Vielleicht soll ich ja noch rein und wieder raus, aber bleibt trotzdem gut stehen. Nur noch, dass jemand dabei, woher ich die Begleitung schaue, ich muss mich nicht nerved. Alles schön, Bremse rein, kommt wieder automatisch auf und zu. Linker links und weiter geht's. Halgensea Chaussee Zeppelinstraße. Aber ich muss mir noch ein bisschen umkaufen, also passen wir noch mit meinem Headset, mit dem Handy. Denksteueres Headset. Also ein bisschen besser, wenn ich das Telefon habe, dass ihr mich auch ein bisschen hört. Das ist gut. Zwei Brücker Straße. Zwei Brücker Straße. Hallo. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Dankeschön. Bremse. Wohnzoll ab. Ach, das ist schon hier vorne. Musik Afghania-Ring. Guten Tag. Ein Fahrschein, bitte. Dankeschön. Ja, ich mache auch nur Let's Plays, wie gesagt, von OMSI2, weil andere Let's Plays mache ich nicht. Okay, es gibt genug Let's Plays. So wie Frankl-Frosselt. Judah, Let's Plays. Machen ja schon andere Spiele, aber ich werde nur Umzug machen. Plays Plays. Plays Plays. Quas gleich. Emmett. Wel Also auch so wie die Internet-Spliers, werde ich das nicht machen. Kann auch Spaß haben. Guten Tag. Halten Sie Ihr Platz. So, ich sehe, die Zeit ist auch schon wieder abgelaufen. Hau ich mal die Pause rein. Ja Leute, wenn Euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Braucht Ihr nicht machen, ist ja klar. Ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es weiter geht, nach starken Hanneberg. Bis dann, tschau tschau.